Haben Sie sich schon einmal in einer Situation befunden, in der jemand über Sie in einer anderen Sprache gesprochen hat, die Sie nicht verstanden haben? Fürchten Sie sich nicht mehr. Diese revolutionären Ohrstöpsel bieten Echtzeitübersetzung für 40 Sprachen, sodass Sie mühelos mit Einheimischen, Freunden oder Kollegen kommunizieren können, ohne eine neue Sprache lernen zu müssen. Die M3 bieten eine kristallklare Zweiwegeübersetzung und jeder Ohrhörer verfügt über zwei Mikrofone mit Rauschunterdrückungstechnologie, um sicherzustellen, dass Ihre Unterhaltungen klar und präzise sind. Durch Ihr schlankes und kompaktes Design eignen Sie sich perfekt für Reisen, Geschäftstreffen oder einfach nur zum Chatten mit Freunden aus anderen Kulturen. Und mit einer Akkulaufzeit von bis zu sechs Stunden mit einer einzigen Ladung können Sie das Gerät auch länger nutzen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass Ihnen der Saft ausgeht. Die Timecattle M3 Language Translator Earbuds sind das ultimative Werkzeug, um Sprachbarrieren zu überwinden und mit Menschen aus aller Welt in Kontakt zu treten. Das InReach Mini ist klein genug, um auf Ihre Handfläche zu passen und eignet sich perfekt für jedes Abenteuer, bei dem Größe und Gewicht eine Rolle spielen. Aber lassen Sie sich nicht von der Größe täuschen, dieses Gerät hat in sich, denn es bietet Funktionen wie Zweiwege Nachrichten, Standortfreigabe, Wetterupdates und eine SOS-Taste, die Ihnen im Notfall das Leben retten kann. Und noch etwas, mit einer Akkulaufzeit von bis zu 50 Stunden im 10-Minuten-Tracking-Modus können Sie sicher sein, dass Sie immer in Verbindung bleiben, egal wohin Sie Ihre Abenteuer führen. Außerdem kann das InReach Mini dank der globalen Iridium-Satellitennetzabdeckung überall auf der Welt eingesetzt werden. Es ist außerdem mit der Garmin Explore App kompatibel, mit der du deine Reisen im Wohraus planen und mit anderen teilen kannst. Machen Sie sich bereit, die Macht der verdeckten Überwachung mit der Mini-Spionage-Kamera zu erleben. Diese winzige, aber mächtige Kamera ist das ultimative Werkzeug für die Aufnahme von Meetings, Vorträgen, Interviews und sogar für die Überwachung Ihrer Kleinen mit der Nannycam-Funktion. Mit einem diskreten Aufnahmewinkel von 90 Grad kann die Mini-Spionage-Kamera alles aufnehmen, was vor sich geht, ohne dass jemand Verdacht schöpft. Außerdem unterstützt sie Mikrost-Karten mit einer Kapazität von bis zu 128 GB, sodass Sie Ihr gesamtes Videomaterial an einem Ort speichern können. Und das Beste daran, diese Kamera ist als voll funktionsfähiger Stift getarnt, sodass niemand jemals den Verdacht haben wird, dass Sie jede seiner Bewegungen aufzeichnen. Diese innovative Kamera wird direkt am Fensterglas Ihres Hauses angebracht und bietet einen kristallklaren Blick auf die Außenwelt. Mit ihrer Bewegungserkennungsfunktion werden Sie sofort alarmiert, wenn draußen etwas Verdächtiges passiert. Was diese Kamera jedoch wirklich auszeichnet, ist Ihre einzigartige flache, rechteckige Form, die Sie zu einer eleganten und unauffälligen Ergänzung Ihres Hauses macht. Sie bietet rund um die Uhr klare Full-HD-Aufnahmen mit einem 150 Grad, Weitwinkel, Blickwinkel und einer hellen Farbnachtsicht. Die Kamera verfügt außerdem über eine Personenerkennung und ist Alexa-kompatibel. Im Lieferumfang sind ein doppelseitiges Klebeband und ein Saugnapf enthalten, mit dem Sie die Kamera an einem Fenster befestigen können. Nachdem Sie die Kamera an Ihrem Fenster angebracht haben, müssen Sie sie an eine Steckdose in der Nähe anschließen und ein Konto bei der HomeHawk Mobile App herunterladen und registrieren. Machen Sie sich bereit für eine neue Stufe der verdeckten Überwachung mit dem Housebell-Abhörgerät. Dieses leistungsstarke und kompakte Gerät ist perfekt, um Gespräche zu belauschen, verdächtige Aktivitäten zu entdecken oder einfach nur Ihre Neugier zu befriedigen. Mit seiner fortschrittlichen Klangverstärkungstechnologie können Sie selbst die leisesten Geräusche aus einer Entfernung von bis zu 300 Fuß hören. Ausgestattet mit einem hochwertigen Mikrofon und einem Frequenzbereich von 100 Hz bis 10 kHz liefert das Housebell Listening Device kristallklaren Sound. Der Sie begeistern wird. Zum Lieferumfang gehört auch ein Kopfhörer, damit Sie alles ungestört hören können. Und wenn Sie das Gespräch zur späteren Analyse aufzeichnen möchten, schließen Sie einfach ein Diktiergerät oder ein digitales Gerät an und schon kann es losgehen. Aber bei einem Preis von etwa 40 Dollar sollten Sie keine professionelle Audioüberwachung erwarten. Diese kabellose 4-Megapixel-Sicherheitskamera ist einfach einzurichten, bietet HD-Videoqualität und einen digitalen Zoom mit bis zu 12-facher Vergrößerung. Sie verfügt über eine intelligente Infrarot-Nachtsichtfunktion, mit der Sie auch bei Dunkelheit Dinge im Umkreis von 30 Fuß im Auge behalten können. Außerdem verfügt sie über Bewegungserkennung, einen akustischen Alarm und eine einfache Installation. Diese Kamera ist praktisch unsichtbar, da sie wie eine normale Glühbirne aussieht, sodass niemand jemals vermuten wird, dass er aufgezeichnet wird. Sie können beruhigt sein, denn Sie wissen, dass Ihr Zuhause rund um die Uhr überwacht wird, ohne dass jemand etwas merkt. Sie verfügt außerdem über ein eingebautes Mikrofon und einen Lautsprecher, die eine Zweiwege-Audiokommunikation zwischen der Kamera und Ihrem Telefon ermöglichen. Und was ist, wenn jemand Sie ausspioniert? Denn auch das ist eine der Möglichkeiten. Machen Sie sich keine Sorgen, denn dieses Gerät wird Sie schützen. Das Gerät nutzt modernste Technologie, um verschiedene Signale zu identifizieren, darunter RF-Signale, GPS-Signale und andere drahtlose Signale, die Spionagegeräte aussenden könnten. Es kann versteckte Kameras und Mikrofone erkennen, die zu Überwachungs- oder Kontrollzwecken eingesetzt werden. Das Gerät verfügt auch über einen Akustisen-Alarm, der den Benutzer warnt, wenn es ein Signal entdeckt. Der JMD-HKK-Detektor kann nicht nur versteckte Kameras und Mikrofone aufspüren, sondern auch GPS-Tracker, die zur Verfolgung von Personen oder Fahrzeugen eingesetzt werden. Das Gerät kann GPS-Signale auffangen und den Benutzer warnen, wenn sich ein GPS-Tracker in der Nähe befindet. Die Ray-Ban Stories sind die perfekte Kombination aus Stil und Technologie. Sie ermöglichen es Ihnen, Ihre Lieblingsmomente mit Leichtigkeit und Stil festzuhalten. Mit der eingebauten Kamera können Sie Fotos und Videos aufnehmen, ohne Ihr Handy zücken zu müssen. Die Brille ist in verschiedenen Designs, Formen und Farben erhältlich, sodass Sie die perfekte Brille für Ihren Stil finden können. Die Brille verfügt außerdem über ein eingebautes Mikrofon und Lautsprecher für den Ton, sodass Sie jeden Moment im Detail festhalten können. Die Ray-Ban Stories ist ein Muss für jeden, der die Momente seines Lebens mit Stil festhalten möchte. Dieses tragbare Gerät verfügt über einen 450 mAh Akku, mit dem bis zu 30 Stunden am Stück aufgezeichnet werden kann. Und seien wir mal ehrlich, das ist kein gewöhnliches Diktiergerät. Dieses Gerät eignet sich perfekt für die Aufzeichnung all Ihrer streng geheimen, James Bond-mäßigen Spionageaktivitäten. Abgesehen von Ihren Spionageaktivitäten ist dieses Gerät perfekt für Leute, die Vorlesungen, Meetings, Interviews oder andere Audioaufnahmen aufzeichnen müssen. Er verfügt über eine Speicherkapazität von 32 GB, auf der bis zu 2000 Stunden Audiodateien im optionalen Dateiformat gespeichert werden können. Der Rekorder hat eine Aufnahmeentfernung von 10 Metern. Außerdem verfügt er über eine Standby-Zeit von 75 Tagen, eine geplante Aufnahme von 30 Tagen und eine sprachaktivierte Aufnahme von 40 Stunden. Machen Sie sich bereit, das Unsichtbare mit diesem erstaunlichen Nachtsicht-Fernglas zu sehen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken, in sieben Stufen einstellbaren Infrarotstrahler und einem optischen System, können Sie mit diesem Fernglas Tiere und Pflanzen in völliger Dunkelheit oder bei schwachem Umgebungslicht klar erkennen. Sie können atemberaubende High-Definition-Fotos und Videos mit hervorragender optischer Klarheit am Tag, bei schwachem Licht oder in der Nacht aufnehmen. Die Bewegungserkennungsfunktion kann sogar eingeschaltet werden, wenn Sie Videos von laufenden Tieren aufnehmen und die Bilder verfügen über eine Antiverwackelungsfunktion, die für klare und stabile Aufnahmen sorgt. Die Brille ist wieder aufladbar, sodass Sie sich keine Sorgen um leere Batterien machen müssen. Außerdem ist sie leicht und bequem, sodass Sie sie auch über längere Zeiträume tragen können, ohne dass es unangenehm ist. Abonnieren Sie meine Videos und lassen Sie sich benachrichtigen, damit Sie keine weiteren Videos mit Technik und Gadget-Tests mehr verpassen. Sehen Sie sich diese Liste mit meinen 10 besten Videos an und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Pass auf!